Untersagt wird das Rufen, Aussprechen oder Darstellen von Parolen, die gegenüber Teilen oder Einzelnen einer ethnischen oder religiösen Gruppe eher verletzend sind. Zum Hass aufrufen bzw. die Menschenwürde anderer beeinträchtigen, sowie diffamierende Äußerungen. Zudem sind Äußerungen untersagt, die eine Vernichtung des Staates Israel und oder seiner BewohnerInnen propagieren. Soldaten und Polisern, und wir haben schümmelte Raketen, mot våra Fiender. Der Identität, nicht nur Femälen und Mädchen, die erleben sexualisierte und genderteilige Femilisheit. Und ich wiederhole das, niemals ohne ein freies Palestina passieren kann. Oder, solange imperialistische und neoliberale Systeme noch besteht. Denn die Damen, die haben einen sehr ausgrenzenden Feminismus. Und da beißen sie sich an mir die Zähne aus. Danke. 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 Das war's, das war's, das war's. Vielen Dank.